Nur fast, aber da kommt der Schlusspfiff. Was war das bitte schön für eine Vorführung heute? Ein Tor schöner als das andere. Der Gegner hatte heute nichts zu melden. Das haben sie clever und mit gutem Auge gemacht. Sie haben erkannt, durch die Mitte geht wenig. Also kommen wir so oft wie möglich über die Flügel. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank geht an Hansi Küpper. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.